hallo liebe tiefseefreunde zu einer neuen ausgabe von bad games tycoon ihr seht tosten zombies war jetzt nicht gerade der überflieger weil die bewertung war auch nicht so gut deswegen achte ich hier wir könnten vielleicht dergleichen wir brauchen aber habe ich so ein motion capture die frage passt ihr dahin keine ahnung mehr wie das was ich das war sie brauchen wir brauchen aber hier gleich mal zwei reihen genau weil ich jetzt von die nachfolge Zombies... äh... Fischi? Ghosts und Zombies Fischi Kinder Sind dann alle Zeuge Ghosts und Zombies doch Gellwelten Cyberpunk Interaktiver Film Untergenre Rollenspiel Fischi natürlich ist auch klar Das hier Fanbriefe Gibt es auch Fanbriefe? Ja Verkauft sich hervorragend! Wahnsinn! Ja, ich mach nur Verlust! Echt? Alle? Ganz komplett neu denken! Ganz komplett neu denken! Indoor Aha! Wieder machen wir das! Was? 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 Also entweder oder! Weiter! Großen Zombies Fischi Machen wir mal! Hier macht da wieder mal ein bisschen Werbung bitte! Schi da hinten! Genau! Währenddessen! Währenddessen! Während wir uns mal um... Oh! Was? Die hat mit der Grafik... Was? Äh... Äh... Zum Sound eigentlich? Da ist noch was zu tun. Auf geht's. Was haben wir hier für ein Angebot? Specialty. Okay, tun wir es mal. Specialty. Machen wir das. Gucken, was er kann. Der Specialty da. Echt? Ah. Ah gut, okay. Gibt sich. Tatsächlich? Okay. Dann mal produzieren, Freunde. Ich würde sagen, machen wir mal. 100.000. Vielleicht einen Hype machen. Das Girls und Zombies. Ja. Meine Güte die Fans. So, Marketingkampagne starten. Specialty bitte. Jetzt mal machen. Die Slim Fuzz geht ganz schön weg hier. Okay, ne? Ne? Vielleicht. mit. 1000. Aber es könnte ja auch passen. Dann. Nachkaufen. mit. Neigert sich. Weil der Hype. Weiter bitte. noch ein Minus. Schaffen wir da noch Plus vielleicht? Nichts. Uns gehts bei Specialtyne. Ich hoffe es. Lass uns. Lass uns. Lass uns. wieder rein fahren hier. Das sieht nicht gut aus. Aber nachgekauft bis jetzt. Das bleibt auch so. Kann man vielleicht mit Plus Minus Null rauskommen? Wenn überhaupt. Nein. Noch nicht. Wenn wir fertig sind mein Freund. Äh. Äh. Ja. Specialty. Und. Lass da bitte. Wä? Ich könnte doch die Zahl ein bisschen nach oben gehen. Wenn der. Messe vorbei ist. Ha. Tatsächlich. Wir kommen gerade noch so. Ins Plus. Ha. Ha. Perfekt. Soll es sein. Mit. Capture Animationen. Animationsstufe. Ne. Fischi. Da wollte ich was machen. Ja. Desaster. Desaster was machen. Hören wir es mal. Keine Ahnung. Wenn es jetzt dauern wird. Oder ein bisschen. Wissen. Wetter machen. Leider. Fertig. 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 Einen Freunde. Bei Fischi. Ah ja. Ja. Fertig. Bitte bei. Einen anderen auch noch. Bei Fischi. Auf jeden Fall macht Special Team Gewinn. Das ist gut so. Seht. Hört sich mit unserem Lager eigentlich aus. Verkaufen. Hört sich mit unserem Lager. Da gibt es mehr. Fertig. Werte. Werte. Und. Nächste. Jetzt. Ich bin dabei. Aber trotzdem müssen wir glauben. Dass wir weiter hier Geld verdienen. Hound eigentlich sind die Specialties raus. Fertig hiermit. Vielleicht noch ein bisschen. Arbeiten hier, ne? Nächstes Angebot, Tarkatis 2. Ach du hattest nicht. Nächstes? Könnte ich jetzt ein 80% Titel werden, oder? Ne. Ist noch gefehlt. Na komm, ist die 70er Marke, komm. Noch eine ab. Ja. 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 Okay. Tarkatis. 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 Das ist. Tarkatis. Ja. Tarkatis. Das wird ein Desaster werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Grafik und Sound ist gut. Das ist mehr Arbeit. Jetzt wird es bald eng da in meinem Lager. Der Hype ist da, also von mir her muss ich es eigentlich nicht auffinden, aber währenddessen machen die mal Aufwärtsarbeit. Ich bin auch noch was lehrt. Kleinbetreuung ist überhaupt nicht so hart. Gar nicht. Nur wir haben keine Leute mehr. Allein. Geht's weiter geht's. So, das ist jetzt hier mit Takatis. Ah ok, das passt. Takatis. Vielleicht kommt der nächste hier am Schlaufen. Oh, Takatis. Warte, so vielen Tag hat das. Das geht weg mit dem Abendessen, Freunde. Da ist da. So. Schauen wir mal. Halt. Aufwärtsarbeit. 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 Mein Big Fat Fisch Desaster. Hallo. Alter Waldfee. Äh. Alte Waldfee. 4 Millionen. Plus. Freunde. Ah. Noch kein Desaster. So So Noch mal ein Hattes nachbekommen Ein Hattes Ein Hattes Aufrechtsfläute, ok Noch mal ein Bisschen Lass doch noch mal hypen, wenn es geht. Noch so viel Auflösager. Oh, Tarkatis. Okay. Noch mal Gäste machen. Ansonsten noch mal alles. Grafik verbessern. Sound. Gäste auch. Sie arbeiten noch daran. Ah ja. Gut. In der Kampagne hier. Zack. Ein bisschen weiter hier. Forschung. So. Das war's. Raus. Desaster. Aber hat Geld gebracht. Und der auch. Super. Wunderbar. So nächstes Angebot hier. Loco Empire. Bye. Okay. Ja. Zehn Wochen ist eine gute Zeit. Ja. Zehn Wochen ist eine gute Zeit. Okay. Hier in Loco Empire machen wir mal so viel. Werbung. Noch mal zu 150. Kann nur schief gehen. Werbung machen. Um Gottes Willen. Werbung. Weiter. Ähm. Das da brauche ich. Machen bitte auch weiter mit. Machen bitte auch weiter mit. Machen bitte auch weiter mit. Spielen Film. Oder Spielen Film. Vielleicht geht's los. Das Loco Empire. Schlechtestes Spiel des Jahres. Euch werde ich zeigen. Vielleicht Nachfolger machen mein Freund. So. Mach schon hin. Aber es flutscht hier ne. Alter Schwede. Okay. Hab mich überzeugt. In das. Das läuft ja wirklich gut. Deswegen werden wir gleich mal hier. Ein bisschen investieren. Hamler. Wie sagt man. Liebhaberstück. So. Kann man halt nicht ändern. Kann man halt nicht ändern. Wenn das ja noch richtig gut wäre. Weiß was da los ist. So. Okay. Ähm. Wie geht's. Wie geht's. Wie geht es. Kann man das machen. Können wir den neuen Engine machen. Wie geht's. mach da doch mal so und haben wir wieder ein angebot hier ich mache ja ein space training was das kann 70 Ja. Okay. Gerbung bitte. Nehmen wir aber mal Zahl bitte. Empire der hier nach stellt. Ja, ja, ist ja hier. Ja, ja, alles. Weiß aber. Gut. Machen weiter bitte. Ich auch. Aufmerksamkeit. Junge. Das mit Ghosten, Zombies, Fischi, der wird ja Wahnsinn. Bis es weiter geht. Mit einer Messestand natürlich. Auch klar. Das da. Ne. Weck. Weiter geht's. So, was haben wir jetzt hier? 100.000? 20.000? Okay, ja. Das ist eine Hausnummer. Dann würde ich sagen, wenn ich mal weiter hier bin. Ich habe ja gesagt, eigentlich wollte ich doch ein MMO-Spiel machen. Ich glaube, das schaffen wir aber jetzt nicht mehr. Das müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Sonst. Ah, die Schuhe. Haben wir das auch durch, würde ich sagen. Macht auch weiter, bitte. Oh ja. Vielleicht nicht mehr. Wir müssen die Journey weiter. Ein bisschen. So, Loco Empire. 3,4 Millionen. Für das, was eigentlich jetzt nicht so überragend war. Der Spiegel. Kann man nicht meckern. Äh, weiter bitte mit... Rene Winski. Okay. Loco Empire ist raus. Mal hin. Passt. Das werden wir dann gleich, ähm... Ja, eine Engine dann noch entwickeln. Eine neue. Ich glaube, da haben wir jetzt alles gemacht, oder? Beim Fischi ist, glaube ich, alles so weit am Laufen, oder? Spielberichter. Können wir auch mal machen. Dead Cat End gemacht. Chronicle 2 vielleicht. Was ist hier? Da fehlt der Hype, mein Freund. Da fehlt der Hype, mein Freund. Da fehlt der Hype, mein Freund. Können wir mal sagen hier. Ooh. Dann ist mal ein... Keine Ahnung. Konnt ihr doch aus den Restbeständen auch was machen? Verkaufen wir. Warte mal. Wir machen erstmal eine Engine oder würde ich sagen, ne alte, ne neue. Ja vielleicht von der Simbimbum. BAM. Alles. Dafür. Nehmen wir die auch noch mit? Ne, das lassen wir glaube ich. Da können wir jetzt nur noch ein paar Sachen erforschen. Wie ihr seht, wir sind langsam am Ende von diesem Forschungsgebiet. Weil irgendwann haben wir alles erforscht, ne. So. Gut, dann sind wir ja fast am Ende jetzt. Genau. Wunderbar. Das passt. Und dann werden wir in der nächsten Folge den Fischi da auf den Markt bringen. Ja und dann ein MMU-Spiel entwickeln oder? Also. Ich sag vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.